Ähm, ganz kurz, ich hab doch auch ne Knarre, warum kann ich die nicht einfach benutzen? Mein Name ist Jasna Fritzi Bauer, ich bin 31 Jahre alt. Hi, mein Name ist Luise Wolfram und ich spiele im neuen Bremer Amp. Au! Do you want me to speak in the camera or? Ok, ok. Ich glaube, wir sind wirklich das erste Tatort-Team, was begleitet wird bei so einem spannenden Prozess von Teambuilding. Herzlich Willkommen beim Bremer Tatort. Du weißt gar nicht, dass ihr die Zweitbesetzung seid? Sag mal, was hast du dir denn nicht erzählt, Luise, ist doch scheiße. Ich weiß, ich hab versprochen, sie zu beschützen. Du bist total zu, Jasna. Stell dir mal vor, du wärst ne Wolke. Ich weiß, ich hab versprochen, sie zu beschützen. Mach's nochmal. Ich weiß. Oh Gott, ne. Luise, kommst du mal? Ich weiß, ich hab versprochen, sie zu beschützen. Egal was passiert. Aber jetzt ist es zu spät. Stopp. Das war super. Polizeitraining finde ich richtig toll, denn wir wissen ja alle, dass beim Tatort eins an erster Stelle steht und das ist der Realismus. Realismus. Hier, Sandro. Hat schon zwei Leute abgeknallt. Korrekt, Sandro? Korrekt. Korrekt. Also abgeknallt jetzt nicht, aber getötet im Dienst. Ne. Ja. Man, ich hab, äh, wirklich weirrt. Wolfram, der spielt nicht, der erstickt Geist. Ich bin die krasseste Teamlehrerin. Ich bin die krasseste Teamlehrerin. Und du und du, ihr legt mich mal zu. Als Regisseur ist es meine Aufgabe dafür zu sagen, dass die Schauspiele sich erst nach dem Dreh erschießen. Fuck. Fuck. Luise. Verdammt nochmal, was machen wir denn jetzt? Die wollen uns umbringen. Ich denke, ich weiß, was passiert. Ich bin die Erachter geworden. Basically, es ist Tatauat actors' Solving a real crime while being involved in a Tata production is pretty meta. I'm quite sure that has never been done before.